So, los geht's, meine Lieben, lockere Swarm-Up, easy cheesy, oder? Cheesy. Ja, cheesy, ganz locker. Welcome to Tabata! Are you ready? Are you ready? Four, three, two, one! So, man, Kopf kreisen, locker, 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 locker. Driftungswechsel. Saftefuva hier. Arme schwingen, rechts, links, indexing, indexing, indexing. Schön, locker, locker, locker. Jetzt wieder beide Arme und roter. runter, super, Sante Kniebeuge, ganz locker, locker, schön auffärmen, super, Hände auf die Hüfte, Hüftkreise, Lichtungswechsel, sanfte Kniebeuge, Sante Kniebeuge, Sante Kniebeuge, Sante Kniebeuge, Sante Kniebeuge, Sante Kniebeuge wieder, wieder runter, ausdrehen, Go, 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 go Es geht los mit Kurzhandeln. Wir machen jetzt immer im Wechsel Bizeps Curl und dann in der Vorbeuge Rezeps Pushback. So, dann geht's immer. Abos. Abos. Da Katharina habe ich noch gesagt. Mit den Handeln. Mit den Handeln. So. So, so, so. Bereit. Okay. Welcome to tomorrow. Are you ready? Da muss ich anfangen. Ja, ja. So, Bizeps. Schön locker 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 locker. Michi, du kannst ruhig grössere Handeln nehmen. Schlag dich nicht, wenn du die Großen nimmst. Ach so, du hast dich auch wieder genommen. Ach so. Super, sehr schön. So. Wir kommen in die Vorbeuge. Endvogel ist oben. Und schöner Pushback nach hinten. Und los. Pushback nach hinten. Pushback, pushback, pushback. Schöner Pushback. Sehr gut. Bauch. AubMA bissep dry. Wir gep stairs ganz handled. Sehr brav. Schön, brav, 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 brav. Super. Sein Oberkörper in die Fortlage. Wieder Push weg. Und das gibt's. Schöner Push, schöner Push, schlechte Arme schön vor. Sehr brav. Sehr schön. So, wieder Bizeps, aber jetzt rechts, links in rechts. Immer ein bisschen auf Tempo. Ein bisschen auf Tempo. Und los geht's. Zack, 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 zack. Bisschen auf Tempo. Ja, genau. Wir sehen jetzt, dass der Bizeps hell und explodiert. Genau. Sehr schön. Der Bizeps genau dasselbe. Nach hinten, rechts, links in Wechsel. Right, left, right, left. Zack, 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 zack. Nicht ein bisschen Tempo, bisschen Tempo. Zack, 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 zack. In Wechseln, In Wechseln, In Wechseln, In Wechseln. Super. Wieder vorne Bizeps in Wechseln. Und jetzt wirklich auf Tempo, 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 Tempo. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Final round. Und los. Sehr brav! Super! Auf! Max, bleib'n euch! Soll ich? Nein, zeig' sich vor! Soll' ich jetzt mal die Arten geben können? Muss ich nicht bücken! Genau! Extra Kalorien verbrennen! Leute! Erste Übung, Easy Cheesy Butterfly! Butterfly, Butterfly, Butterfly! Shoulder! Schön für die Schulter! Zweite Übung in der Vorbeuge, Side für den Rücken! Wir fangen an mit der Butterfliege! Die Butterfly! Wir fangen an mit dem Barsen an mit dem Barsen! Das Scherz! Butterfly, Butterfly! Wir fangen an mit dem Barsen an mit dem Barsen an! Ah, wir schauen an mit dem Barsen an! Los Gets! Butterfly, Butterfly! Super! Auslockern, auslockern, auslockern! Jetzt bitte in der Vorbeuge, Side hin! In der Vorbeuge, Side hin! Los Gets! Set! Sehr brav! Schöne breit! Schöne breit! Schöne breit! Schöne breit! Schöne breit! Guck mal ausstrengend in die Rade! Super! Sehr schön! Jetzt wieder Rotation! Ja, Leute! Rotation! Dreh! Dreh! Mit den Handen mal drehen! Geht die Kühne, Schultern hoch! Los! Einen Boden bleiben oben! Sehr brav, Martin! Sehr brav! Super! In der Vorbeuge, Front hebe! Für den Rücken wieder, Front hebe! Und los! Rücken schön gerade, Kopf gerade, Zunge gerade! Alles gerade! Sehr brav! Boden! Gut! Sehr schön! Jetzt bitte für die Schultern, Shoulder Press! Schön nach oben pushen mit den Handen! Shoulder Press! Los geht's! Ja, geht raus! Sehr schön! Super! In der Vorbeuge, es ist kein Trizeps! Nach hinten ziehen mit gestreckten Armen! Rückentraining, Rückentraining mit gestreckten Armen! Ja, genau! Zieh! Zieh! Mit gestreckten Armen! Ja, genau! Zieh! Schön hoch! Schön hoch! Zieh! Zieh! Hoch die Arme! Hoch die Arme! Ja, genau! Super! Zieh! 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 Super! Leute! Shoulder Press und Butterfly in Kombination! Arnold Press! Hoch, Butterfly! Hoch, Butterfly! Hoch, Butterfly! Das war Schwarzeneggers Klinien-Sügo für die Schultern! Arnold Press! Super! 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 Nochmal die Vorbeuge! Rechts, links in Wechseln! Rechts, links in Wechseln! Front heben! Rechts, links in Wechseln! Von rechts und links! Rechts, links in Wechseln! Super! Schriftlich! Wychseln! Zehn! 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 Super! Brav! Sehr schön! Die Hand nur kurz weglegen. Jetzt brauchen wir sie nicht, ne? So! Leute, wir machen jetzt zwei Runden mit demselben Bein. Erste Runde, einfach Ausfallschritte, schön nach vorne steigen, schöner großer Ausfallschritt, wieder zurück, nach vorne, zurück, nach vorne, zurück. So, in der Pause bleibst du jetzt hier. In der Pause bleibst du hier. Und nachher, zweite Runde, das hintere Bein, Knieheber, 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 Knieheber. Dass wirklich der Popo-Muskel und der Oberschenkelmuskel brennen. Genau, also zwei Runden mit dem selben Bein vorne. Dann erst wechseln. So, ausfallschritte, rechtes Bein. Und gut, schön nach vorne und zurück. Schön nach vorne und zurück. Immer das rechte Bein, immer das rechte Bein. Ja, groß, 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 groß. Ja, genau, sehr schön. Bremst du vorne, bleib vorne, bleib vorne, bleib vorne, bleib vorne. Genau. Vier, drei, zwei. Oh, das hintere Bein, Knieheber. Und schau mal zu dieser Arme schwingen. Arme schwingen. Zack, 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 zack. Sehr brav, sehr brav, sehr brav. Super. Auslocker, exhale, bravo. Linkes Bein, vor und zurück. Vor und zurück. Three, two, one, yes. Oh, mama, du eres la fama, estás conmigo, heute, va' mañana. Cuando los mueves, todo me sana. Eres mi antiroto, cuando tengo ganas. Oh, mama, du eres la fama, estás conmigo, heute, va' mañana. Cuando los mueves, todo me sana. Eres mi antiroto, cuando tengo ganas. Bleib, 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 bleib. Ausfallschritt, ausfallschritt, bleib. Stay, stay hier. Das hintere Bein. Three, two, one. Tempo. Ja, schönes Tempo, schönes Tempo, schönes Tempo, super. Gubi, 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 gubi. Sehr brav. Ja, zweite Runde, wieder rechtes Bein. 3, 2, 1, GO! Los, 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 los. Los, 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 los. Los, los, los. Super! Und Tempo! Sehr brav! Linke Spino bitte! Linke Spino! Und los gehts! Slupa brav! Slupa brav! Slopa brav! Slup! 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 Zack, 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 zack. Repita, 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 repita. Sehr rauf. Super. So, Leute, du nimmst jetzt die Hand. Und ein bisschen noch was für die Schultern. Wir fangen an mit Seitheben für die Schultern. Seitheben, Seitheben, Seitheben. Zweite Übung, das ist zwar Beine, aber auch ein bisschen für die Schultern. Du hast die Handeln hier vorne und du machst eine schöne Kniebeuge tief und hoch und lässt aber nur die Handeln hier oben. Genau. Wir fangen an mit Seitheben. Seitheben, dass die Schultermuskeln schön kräftig werden, dass sie groß werden, dass sie wachsen. Wir fangen an mit Seitheben. So. Here we go in 5, 4, 3, 4, 1, go! Los geht's. Seitheben. 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 Los geht's. Super. Sehr gut. Kurz auslockern die Schultern. Arme rauf. Genau. Schöne Kniebeuge. Los geht's. Sehr brav. Sehr brav. Sehr brav. Super. Für die Schultern wieder Front heben. Jetzt nach vorne meine Lieben. Front heben. Genau. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Genau. Los geht's. Nicht schwingen, nicht schwingen. Schön gerade, schön gerade. Sehr schön. Jetzt hängen lassen die Arme. Sumo Squats und dabei den Boden berühren. Sumo Squats, Boden berühren. Runter. Runter. Ja, genau. Schön tief runter. Schön tief runter. Sehr schön. Gut. Jetzt Mischung aus Front und Seite. Ein Arm geht nach vorne, einer zur Seite. Und dann wechseln. Und wieder wechseln. Los geht's. Überwechseln. 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 Zeig. Zeig. Einer vor, einer zur Seite. Einer vor, einer zur Seite. Richtig. Super. Sehr schön. Leute, Thruster. Der Thruster ist Kniebeuge. Gehst runter und dann hoch. Push. Runter und dann hoch. Push. Genau. Super. Sehr brav. Sehr brav. Sehr brav. Sehr brav. Ja, sehr schön. So. Leute, der Jesus. Nur halte. Einfach nur das Gewicht halte. Hold, hold, hold. Jesus Christ. Los. Halte, halten, 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 halten. Schön halten. Sehr brav. Sehr brav. Sehr brav. Sehr brav. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss geht's. Sehr schön. Letzte Übung, Leute. Ground to overhead. Runter die Kniebeuge. Boden berühren. Push. Boden berühren. Push. Super. Ja, sehr brav. Sehr brav. Sehr brav. Super. Hand von zur Seite. Leg dich auf den Rücken. Mach mal ein bisschen was für die Bauchmuskeln. Wir fangen an mit den klassischen Sit-Ups. Klassische Sit-Ups. Aufsetzen, hinlegen. Aufsetzen und hinlegen. So. So, so, so. Achtung. Und los. Aufsetzen, hinlegen. Aufsetzen, hinlegen. Genau. Super. Ganz klassisch. Ganz klassisch. Super. Bleiben liegen am Rücken. Beine in der Luft, bitte. Und jetzt Popo hoch, rauf und runter. Popo hoch, rauf und runter. Für die unteren Bauchmuskeln. Ja, genau. Beckenlift, Beckenlift. Rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Popo hoch, Popo hoch. Ja, genau. Super. Super. Geht doch. Geht doch. Ja. Ja, super. Wieder klassisches Sit-Ups. Einfach aufsetzen, hinlegen. Und los. Aufsetzen, hinlegen. Super. Beine wieder in der Luft. Jetzt bitte Popo nach rechts und nach links. Ablegen. Immer schieben das Becken. Right, left. Popo rechts, Popo links. Popo rechts, Popo links. Ja, genau. Schieben, schieben, schieben. Ja, super brav, super brav. Sehr schön. So, bei den Sit-Ups jetzt bitte die Arme zur Brust überkreuzt. Arme zur Brust überkreuzt. Machen wir es ein bisschen schwerer. Los. Arme zur Brust überkreuzt. Bisschen schwerer. Bisschen schwerer. Geht schon los, geht schon los Michi. Claudia, los geht's, los geht's, los geht's. Sehr brav. Super. Ja, du liegst am Rücken wieder. Jetzt die Beine rechts, links runter zum Boden. Rechts, links runter. Schön gestreckt die Beine. Rechtes Bein, linkes Bein. Körperspannung, Körperspannung, Körperspannung. Am Rücken liegend, am Rücken liegend. Genau, 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 genau. Super. Machen wir die Sit-Ups noch ein bisschen schwerer. Arme zum Kopf. Arme zum Kopf und Sit-Ups. Und los. Stabirucke. Dublave. Ja, genau, super. Super. Bravo, und letzte Runde. Beine, Beine, tief und hoch. Beine in der Luft. Beine, Beine, tief und hoch. Los geht's. Beine, Beine, tief und hoch. Super. Super. Sehr brav, meine Lieben. Super, 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 super. Super. Sehr schön mitgemacht. Super. Bis zum nächsten Mal.